Herzlich Willkommen bei MetalAlterTV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger und Doro Pesch bringt am 27. Oktober ihr neues Album Conquerors Forever Strong and Proud raus und ja, das Album kommt raus am 27. Oktober, also quasi in ein paar Tagen und gibt noch eine Single vorab, Children of the Dawn und ich würde sagen, dass es ein Video zu gibt. Schauen wir uns das an, wir hören uns das Video an, wir quatschen drüber, ihr kennt das, los geht das. Kein Einzähler, direkt am Anfang, aber Machen da Lordi mit und, sorry, erst ein bisschen, ja, ganz typisch Doro, mal wieder ein bisschen härter. Boah, das ist bassig. Ich mag es ja nicht mehr, wenn es knallt und nicht so bassig ist, aber das ist geil, das passt mega. Bisschen Endzeit-Stimmung von der Optik her oder Ruhrpods Stimmung, es kann beides sein, also von dem Video. Da waren doch eben auch noch so Krieger oder wo sind die jetzt denn? Weil die bloß am Anfang reingeschnitten. Ah, da sind sie wieder, die Krieger. Das war ja wichtig. Ja, das war. Boah, da sind sie wieder. Doro steht da irgendwie sehr energielos, aber die Jungs ist wohl aber einfach, siehst du ja so? Oder meine ich das nur? Aber in die Stimme fast. Ja, auch diese typische Ausfäden aus dem 80er Metal, da kommt Doro ja her. Ja, Children, oh jetzt noch was wird noch, Bassig, Children of the Dawn, Doro Pech über Nuclear Blast Records ist das Ganze erschienen. Und macht Spaß, Doro. Macht mir nicht alles Spaß, bin ich ehrlich. So diese langsameren Lieder, gar nicht. Oder auf Deutsch finde ich es auch nicht so gut, aber das macht Spaß, das höre ich gerne. Neuer Album kommt am 27. Oktober. Es wird heißen Conquerors, Forever Strong and Proud. Haben gerade die neue Single Children of the Dawn gehört. Ja, Doro ist auch live zu sehen. Ja, jetzt erst mal 15.10. in Spanien. Ne, der ist ja schon vorbei, der 15.10. Am 28.10. in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Halle. Halle, 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 Halle. Egal. Der ist aber schon ausverkauft. Ich meine, die Dame kommt ja aus Düsseldorf. Und da ist ja auch, wenn man da denn quasi seine Opening Show für seine Release Show macht. Das macht ja auch Sinn. Dann nochmal in Mexiko. Am 1.12. Ja, dann Death Horror Festival. Und in Houston. Fahrt nach Houston aufs Hell's Heroes. Ja, bei 19... Ach, 19... 20... 1924, ja. 2024 ist Doro auch unterwegs in Deutschland mit der Conquerors Forever Strong and Proud Tour. Sechs exklusive Club Shows. Gibt es am 1.3. in Kaiserslautern im Kammgarn. Am 2.3. in Nürnberg im Löwensaal. Am 3.3. in Ulm im Roxy. Am 15.3. in Osnabrück im Heidpark. Am 16.3. in Berlin im Astra. Und am 17.3. in Hannover im Kapitol. Schade leider nichts hier um die Ecke. Ja, Heidpark geht noch, aber ist halt noch drin. Westfalen wird da irgendwie gar nicht bedient. Aber die meisten Bands sind ja irgendwie im Pott unterwegs und die ist wahrscheinlich auch hier auf dem ein oder anderen Festival, würde ich behaupten. Und vielleicht kommen da auch noch andere Shows mit zur Tour. Aber sie spielt jetzt auch am 28.10. in Düsseldorf. Wäre quasi um die Ecke, wenn es nicht ausverkauft wäre. Ja, aber nächstes Jahr, vielleicht kommt für nächstes noch ein Konzert dazu oder noch mehr, dass er irgendwie dann noch mal im Herbst auf Tour geht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Doro auf jeden Fall. Macht Spaß. Children of the Dawn, das Lied, Album Conquerors, Conquerors Forever, Strong and Proud erscheint am 27. Oktober, falls ihr es euch käuflich erwerben wollt. Und ansonsten würde ich nur sagen, habt einen wunderschönen Tag und trinkt viel Altbier, weil die Dame aus Düsseldorf kommt. Ich habe jetzt kein Altbier hier. Ich habe jetzt gar kein Bier hier. Sogar mein Wasser ist leer. Ja, habe ich Pech gehabt.